10x in 60 Sekunden. 10x ist ein System für die Vermittlung von Kryptowährungen, gehört also im weitesten Sinne zu den Zahlungsmitteln. Die übliche Abkürzung für 10x ist Pay und den Pay-Token gibt es seit dem Jahr 2017. Was ist das Besondere an 10x? 10x will Kryptowährungen einfacher zugänglich und vor allem alltagstauglich machen. Dazu gibt 10x eine Kreditkarte aus, mit dem Unterschied, dass man hier eben mit Kryptowährungen bezahlt. Außerdem gibt es eine App für Android und iOS, die gleiches vermarktet. 10x unterstützt dabei aktuell unter anderem die Bezahlung in Bitcoin, Ethereum und Dash. Künftig sollen noch weitere Währungen und Token hinzukommen, hier lohnt sich ein Blick in die Roadmap. Und 10x nutzt das sogenannte Comet-Netzwerk, welches eine Verbindung zwischen den verschiedenen Blockchains herstellt. Der 10x-Token Pay ist dabei ein ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Darauf beziehen sich nun auch die technischen Daten. Von Pay gibt es aktuell 205 Millionen Stück, zumindest laut CoinMarketCap. Und da dieser Token auf der Ethereum-Blockchain läuft, sind Blockzeit und Hashing-Algorithmus identisch zum Ethereum-Netzwerk. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war 10x in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und teilt das mit Freunden, die sich für Kryptowährungen begeistern könnten. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao. Bis dahin, bis dahin.